Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunk, Genuss für Geist und Gaumen. Heute habe ich wieder eine Zigarrenvergostung für Sie vorbereitet und ausgesucht habe ich mir ein sehr kleines aber sehr schönes Format. Diese Figurado wird auch Botea genannt, nach dem spanischen Wort für Flasche, weil man vielleicht die Form einer nach unten bauchig werdenden Flasche mit einem langen Hals dazu assoziieren kann. Und dieses kleine schwer zu rollende Format ist auch sehr selten geworden, weil es vielleicht eben nicht nur schwer zu rollen, sondern auch nicht ganz so einfach zu rauchen ist. Dazu etwas später mehr. Dieses Exemplar stammt aus dem Hause Bosna, dem Zigarren-Affizionado sicherlich seit einigen Jahren bekannt. Gegründet wurde die Firma von einem Russen namens Konstantin Loskutnikov, der sich irgendwann nach der Wende, ich weiß nicht genau wann es war, in Berlin niedergelassen hat und dort ein, ja mittlerweile kann man sagen, Luxuswaren-Imperium aufgebaut hat, wo er zunächst Schokolade und Luxusartikel anderer Art herstellte und vertrieb, aber eben auch Zigarren, die überwiegend aus der Dominikanischen Republik oder wie diese hier aus Nicaragua stammen und dort natürlich total von Hand gefertigt hergestellt werden. Die Zigarre hier, die auch den Beinamen Michael I. trägt, wurde auf der letzten Intertabak 2016 in Dortmund gemeinsam mit ihren beiden Verwandten, Zar Wladimir I., ein etwas größeres, torpedo-ähnliches Format, und dem Ivan IV., dem sogenannten Schrecklichen, eine sehr große Salomonis präsentiert. Ich hatte Gelegenheit, mir diese Zigarren und den Hintergrund etwas am Stand von Bosna sozusagen anzueignen und dort hat man mir auch drei Exemplare mitgegeben. Für dieses Tasting habe ich mir die kleinste, die Michael I. ausgesucht, eben weil mir dieses Format so gut gefällt, weil es mal etwas anderes ist, und ich habe sie allerdings in der Zwischenzeit auch mehrfach geraucht, um mir ein ehrliches Urteil erlauben zu können. Die Zigarre weist eine Länge von 11,7 cm auf und ein Durchmesser von 21,4 mm, also einem Ringmaß von ungefähr 54 an der dicksten Stelle. Die Einlage ist komplett aus nicaraguanischem Tabak. Das Umblatt stammt aus Indonesien, ein Sumatra-Umblatt wohl. Und das Deckblatt ist ein Habano 2000 aus Ecuador. Colorado Maduro, sagt der Hersteller. Ich finde es etwas heller, ein Colorado Maduro, ja, hätte ich mir noch einen Ticken dunkler vorgestellt. Aber gut, das changiert, das kann man nicht so genau sagen. Passend zu dem russischen Hintergrund des Herstellers habe ich mir auch den heutigen Götterfunken-Paten ausgesucht. Es ist ein russischer Dichter des 19. Jahrhunderts. Und wenn man an russische Poeten aus dieser Zeit denkt, dann fallen einem sicherlich direkt einige Namen ein. Pushkin, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev vielleicht, Gogol eventuell auch noch. Aber der Name Tchutchev, und um den soll es uns heute gehen, ist wahrscheinlich nicht darunter. Warum das so ist, dazu auch gleich etwas mehr. Zunächst aber mal zum Kaltgeruch der Zigarre. Da kommt etwas leicht Ätherisches Richtung Minze, verbunden mit grasigen und auch leicht süßlichen Noten. Kein besonders intensiver Kaltgeruch, aber auch nicht so, dass nichts vorhanden wäre. Ich schneide das gute Stück mal vorsichtig an. Mit dem großen Cutter ist hier Vorsicht geboten. Den Kaltzug werde ich mir wahrscheinlich sparen können, denn die Zigarre ist an beiden Enden, sie hat einen geschlossenen Fuß, ursprünglich also an beiden Enden zu gewesen. So, dass man da wahrscheinlich kräftig ziehen kann, da kommt aber wahrscheinlich aromatisch nicht viel bei rüber. Aber der Lippenkontakt ist interessant. Er weist nämlich darauf hin, Bosna macht das manchmal, dass diese Zigarre gedippt wurde. Das heißt, dass da eventuell der Tabak später in etwas süße Zuckerlösung eingetunkt wurde. Ob das bei diesem Format der Fall ist, ich hatte dieses Gefühl an den Lippen bei manchen der Exemplare, bei manchen auch nicht. Ich konnte es nicht verifizieren. Und da ich sie damals, als ich auf der Intertabak war, noch nicht probiert hatte, konnte ich Baron von Bosna auch nicht danach fragen. So nennt sich übrigens der gute Loskutnikov heute nach seiner Urgroßmutter, weil ihm ein deutscher Name, Bosna, wahrscheinlich passender für ein solches Luxuswagenimperium, was ja in Deutschland oder aus Deutschland heraus seine Waren vertreibt, erschien, als ein doch recht schwierig auszusprechender russischer Name. Also, das untere Ende katten wir natürlich nicht an, wir flemmen es ab. Mein üblicher Zweiflemmer ist dafür allerdings ein bisschen zu brutal, also gehen wir etwas vorsichtiger zu Werke. Und dazu vielleicht noch etwas zum Götterfunken-Paten. Fyodor Tjutschev habe ich mir ausgesucht, weil dieser Dichter, er lebte übrigens von 1803 bis 1873, Ich muss hier ganz präzise arbeiten, damit wir die schöne Zigarre nicht kaputt machen. Weil dieser Dichter eben, obwohl er fast ein Drittel seines Lebens in Deutschland verbrachte, hier kaum bekannt ist. Ja, also die Zigarre ist eindeutig gedippt, da ist also Zucker an der Lippe. Obwohl wir jetzt nur einen sehr kleinen Anbrand haben, kommt schon ein ordentliches Rauchvolumen mit anfänglichen Holznoten und leichtem Kaffee-Aroma. Apropos Aroma. Das Aroma der Dichtung Fyodor Tjutschevs, der ja sozusagen in die Romantik hineingeboren wurde und der den Großteil seines, oder einen Großteil seines Lebens ja in Deutschland verbrachte, genauer übrigens in München. Das kam so, dass er nach seinem Studium, das er sehr früh hat in Moskau beginnen können und ein Jahr früher mit Auszeichnung abschloss, als es üblich war. Er studierte schöngeistige Wissenschaften, wie man das damals so nannte. Heute würde man vielleicht Philologe dazu sagen. Dass er danach eine Stelle als Attaché des Gesandten in der Münchner Botschaft oder der Münchner Gesandtschaft sozusagen bekam und dort sehr schnell Aufnahme fand als eleganter, junger und wohlgewandter, gutdeutsch sprechender Mann in die Münchner Gesellschaft. Und Tjutschev dichtete sozusagen zunächst nur für sich selbst und verrichtete seine Arbeit als Politiker, als Bürohengst, würde man heute sagen, oder als Büromensch. Und er lernte zu dieser Zeit die ganze Münchner Geisteswelt kennen und besonders beeindruckt hat ihn der Philosoph Schelling, der auch die gesamte Romantik ja beeinflusst hatte. Und auf Schellings Einfluss, besonders auf seine Vorlesung über die Mythologie der Natur oder die Philosophie der Mythologie und die Philosophie der Offenbarung, eben auch die Naturphilosophie, gehen sogenannte kosmische Vierzeiler, wie sie später genannt wurden, von Tjutschev zurück. Und einen davon möchte ich Ihnen jetzt einmal servieren. Der Abgrund hat sich aufgetan, mit seinen Nebeln, seinen Schrecken. Kein Schutzschild kann uns förderdecken, das nechtgedunkel starrt uns an. Zutiefst romantische, dunkle, düstere Verse, wie gesagt, auch beeinflusst von Friedrich Schellings Philosophie. Ob wir auch hier in einen Abgrund schauen, was die Zigarre betrifft, mag ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall bewegt man sich immer sehr nah am Abgrund mit dieser Zigarre. Raucht man sie zu schnell, wird sie sich rächen und am Ende bitter werden. Raucht man sie zu langsam oder redet zu viel, wozu ich bekanntlicherweise neige, dann droht sie auszugehen. Es ist also wirklich ein Format, was nicht einfach zu genießen ist, aber wenn man sich das richtige Tempo von der Zigarre vorschreiben lässt, dann hat man auch Genuss daran, der sich übrigens schon nach den ersten Zentimeter jetzt von diesen Holzaromen zugunsten von Leder und noch deutlicheren Kaffeetönen entwickelt. Der Rauch ist angenehm, nicht sehr weich, hat schon die eine Ecke oder Kante, aber es ist immer noch ein angenehmer Rauch und diese kleinen Pieks, die der Rauch verursacht, kann die Zigarre auch gut vertragen, denn sie ist bisher recht mild und so eine kleine Spitze, die jetzt nicht aus dem Aroma, sondern tatsächlich aus der Textur des Rauches kommt, steht ihr recht gut an. Apropos recht gut anstehen, die Stellung, die Fyodor Tjutschev in München hatte, stand ihm recht gut an. Sie ließ ihm recht viel Zeit, nach eigenen Worten überarbeitete er sich nicht unbedingt dabei, sich den schönen Dingen des Lebens und übrigens auch den schönen Frauen des Lebens zu widmen. Es gab sehr, sehr viele Frauen in seinem Leben und zwei Ehen. Es gab aber auch andere interessante Begegnungen. Heinrich Heine war eine dieser Begegnungen. Er, Heine, bezeichnete Tjutschev als seinen liebsten und besten Münchner Freund. Und tatsächlich hat Heine auch Tjutschev sehr beeinflusst, der manches in dieser Art übernahm, ohne zu bissig zu werden, obwohl er das auch konnte. Er hat auch politisch gedichtet. Aber sein Augenmerk lag mehr auf der Naturdichtung, auf der Liebeslyrik und auf einer sehr genauen und sehr ästhetischen Komposition, mit der Heine nicht unbedingt so viel am Hut hatte. Nichtsdestotrotz verdankt Heine seinem Freund Tjutschev wiederum, dass er auch in Russland verständig werden konnte. Denn Tjutschev hat Heine übersetzt und nicht nur Heine, auch Goethe, Schiller, Eichendorf, Lenau, Körner. All diese Dichter verdanken es Tjutschev, dass sie auch in russischer Zunge lesbar geworden sind. Apropos Zunge, auf der Zunge macht der Tabak auch viel Spaß. Denn wenn man ihn länger kaut, man hat ja bei manchen Tabaken so ein leicht pelziges Gefühl, das kommt hier Gott sei Dank überhaupt nicht auf, sondern es ist eher so ein leichtes, minimales Stechen, wenn man die Zunge an den Gaumen presst und da spürt man dann noch leichte, diese süßlichen Aromen nach. Also der Kaffee, den ich hier beschrieb, geht eher in so eine Richtung eines süßeren Cappuccinos. Es ist wirklich ein sehr interessantes Aroma, immer noch mit Leder verbunden, leichte Holznoten auch noch dabei. Das Ätherische, von dem ich am Anfang im Kaltgeruch sprach, das habe ich jetzt auf der Zunge so bisher nicht gespürt, aber da liegt ja noch einiges vor uns. Und ich möchte Ihnen jetzt noch einen weiteren Götterfunken präsentieren von Tjutschev, der vielleicht seine Wesensart sehr gut wiedergibt, aus der man dann herauslesen kann, warum er vielleicht nicht ganz so populär ist, wie die anderen heute so berühmten russischen Dichter. Silenzium Verstumm, entweich, schließ in dich ein die Träume und Gefühle dein, was in der Seele leis erwacht mag, wie die Sterne in der Nacht, stumm auf- und niedergehen. Neig dein Haupt in Dankbarkeit und schweig. Kann je ein Herz verkünden sich, ein anderer je ergründen dich und deines Lebens Sinn und Fug? Gedanken, ausgedrückt, sind Lug. Du trübst den Born drin wühlend. Neig zum Quell dein Angesicht und schweig. Lern Leben ganz in dir allein. Ein Weltall ist die Seele dein, wo Zauber und Geheimnis spricht. Sie blendet grelles Tageslicht, betäubt der Lern des Lebens. Neig dein Ohr dem Sphärenklang und schweig. Diese Zeilen zeigen einen introvertierten, ja, einen vergeistigten Menschen, der Fyodor Ivanovich Tchutchev auch sicherlich war, zumindest was den Sphärenklang seiner Poesie angeht. Klang führt mich übrigens auch dazu, dass er mütterlicherseits nicht nur mit Leo Tolstoi, sondern auch mit dem berühmten russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov verwandt war. Und zahlreiche russische Komponisten und nicht nur russische haben übrigens viele seiner Gedichte auch vertont. Zum Sphärenklang hat mich die Zigarre bisher noch nicht geführt, aber sie entwickelt sich weiter. Jetzt, wo sozusagen der große Teil, der dicke Teil der Zigarre vorüber ist und das mittlere Drittel deutlich angeraucht. Ich musste die beiden Ringe schon entfernen, damit sie nicht mit anbrutzeln. Jetzt, wo also dieser am stärksten Rauch und am stärksten Quallen bietende Teil der Zigarre vorbei ist, spitzt sich das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes zu. Denn jetzt kommen tatsächlich auch leichte Pfeffernoten. Es ist ein ganz milder Pfeffer. Sie kennen vielleicht diese grünen, eingelegten Pfefferkörner, die was leicht Fruchtiges haben. In diese Richtung geht das jetzt, zumindest was den Gaumen angeht. Durch die Nase, Retronasal hingegen, dominiert immer noch Leder. Und es gesellen sich vielleicht ein paar Moostöne, Moosgeruch ein wenig dahin zu. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Die Zigarre neigt zu einem leichten Schiefbrand. Man kann den korrigieren. Man muss es nicht unbedingt. Aber wie gesagt, sie will Aufmerksamkeit. Also, sie ist eine kleine Diva. Vielleicht haben Zaren das so an sich. Da sei vielleicht auch noch ein Wort zugesagt. Viel ist in den Medien über Bosna geschrieben worden. Er fühlt sich leicht, despektierlich manchmal behandelt als Karikatur eines Protzrussen, weil er eben unter anderem auch Accessoires vertreibt, wie Schuhe aus Krokodilsleder für 7.000 bis 8.000 Euro oder eben auch Zigarren-Etuis aus Pythonleder und all solche Dinge, wer es braucht und wen es glücklich macht. Aber es gibt wohl einen Markt dafür und Bosna bedient eben diesen Markt. Vielleicht ist das auch eine sehr russische Seite und unser Dichter Tchutchev, sein bekanntestes Wort, hat vielleicht auch mal damit einen Satz geprägt, der vielleicht auch heute noch gilt. Russland, sagt er mal sinngemäß, kann man nicht verstehen. Man muss an Russland glauben und wahrscheinlich tun das viele Russen auch noch und das ist vielleicht auch deshalb der berühmteste Ausspruch in Russland von Tchutchev. Wo er übrigens zu Lebzeiten auch nicht so bekannt war. Pushkin hat ein paar seiner Verse veröffentlicht und Turgenev musste ihn regelrecht überzeugen, ihm doch endlich mal einige seiner Gedichte zu überlassen, damit er die als Buch veröffentlichen konnte. Tchutchev hatte überhaupt gar kein Interesse daran, wirklich berühmt oder bekannt zu werden als Dichter. Er dichtete für die Sache selbst, weil es ihn eben überkam. Und das tat er mit großer Leidenschaft. Vor allen Dingen auch in den Naturbeschreibungen und in den Naturbeobachtungen für ihn lag die Seele der Welt all das, was einem Frieden, Hoffnung und Ruhe und auch Genuss bringt in der Natur. Und dafür möchte ich Ihnen, bevor wir zum dritten Drittel kommen und dann auch zum Zeugnis der Zigarre, noch ein Beispiel bieten. Fyodor Tchutchev und sein Verhältnis zur Natur. An die Materialisten Nicht ist Natur, wie's euch bedünket, der seelenlosen Wesen Chor. Ich seh, wie Freiheit aus ihr winket, wie Lieb und Seele tritt hervor. Ihr seht das Blatt, die Frucht am Baume, hat sie der Gärtner angeleimt? Hat in der Hülle Bergungsraume die Frucht durch äußere Kraft gekeimt? Ihr könnt nicht hören, könnt nicht sehen, ihr lebt in eures Dunkels Hut. Ihr seht nicht glänzen, fühlt nicht wehen. Für euch lebt keine Meeresflut, in euch hat sich kein Strahl gebrochen, in eurer Brust kein Lenz gesonnt. Zu euch die Wälder nicht gesprochen, für euch die Sterne stumm getrohen. Nicht habt das überirdsche Tönen gehört ihr, das im Wald sich regt, wenn er im lauten Donner dröhnen mit Blitz und Strom um Gespräche pflegt. Nicht ihr seid schuld. Organsches Leben zu schauen, vermag kein Blödgesicht. Die Geister, ach, in euch erbeben, ob ihrer Mutter stimme nicht. Das letzte Drittel beginnt versöhnlich. Die Zigarre ist mir nicht böse, also sie ist nicht bitter geworden. Ich habe diese kleine Schönheit wohl relativ anständig behandelt. und aromatisch, wenn sie jetzt zum Ende hinzuläuft, man würde erwarten, dass sie kräftiger wird, dass sie vielleicht auch etwas schärfer wird. Das tut sie aber nicht. Es bleibt also bei diesen Grünpfefferaromen, bei dem Leder, das Moos, was ich ansprach. Vielleicht kommt der Kaffee jetzt wieder etwas zurück. Aber wie gesagt, es bewegt sich alles so in diesem doch recht gut zusammenkomponierten Spektrum. Apropos komponiert, das zeichnet auch unseren Dichter Tjuchef aus. Seine Werke sind ästhetisch durchkomponiert. Sie sind rhythmisch, einwandfrei, sie sind einfach melodisch, klanglich wunderbar. Wenn man mal das Glück hat, im Internet findet man das, sich die mal auf Russisch, auch wenn man die Sprache nicht versteht, einfach um des Klanges willen anzuhören. Das ist schon wunderschön, was dann dabei rauskommt. Einen kleinen Tjuchef, bevor ich das Zeugnis ausstelle, möchte ich Ihnen noch servieren. Und zwar um auch einmal etwas Politisches zu bringen. Ost und West heißt das kleine Gedicht. Und auch dieses Gedicht, was man politisch lesen kann, kommt natürlich nicht ohne Naturmetaphern aus. Ost und West Schau, wie der Westen sich entzündet vom Lichten abendröte Strahl, der Osten dunkelnd sich umwindet mit einem Gurt von kaltem Stahl. Sind sie in Feindschaft miteinander? Ist's nicht ein Lichtgott, der sie hegt? Steht nicht, ein sie vereinend band er in ihrer Mitte? Unbewegt? Der unbewegte Beweger, der Lichtgott, der Sol Invictus, der unbesiegbare Sonnengott. Vielleicht auch das Flammenlicht der Erkenntnis, gemeint das Licht der Vernunft. Wie schön wäre es, wenn es tatsächlich als vereinigendes Band zwischen Ost und West, denn wirklich mal zwischen Orient und Okzident tritt und diese beiden doch so oft jetzt aufeinanderprallenden Gefilde vereinigen würde, Kraft der alles überstrahlenden Vernunft. Alles überstrahlen tut diese Zigarre dadurch, dass es ein wirklich wunderschönes Format ist. Wir blenden das Zeugnis ein und zum Aroma hatte ich einiges gesagt. Optik und Haptik, wie gesagt, gefallen mir außerordentlich. Spitze. Zum Zugverhalten ist einiges zu sagen, denn das macht auch diese Zigarre aus. Das Zugverhalten ändert sich beständig, weil man ja mit einer kleinen Spitze anfängt, dann kommt dieses voluminöse, große Wulst und zum Ende hin hat man wieder einen etwas schwereren Zug. Nicht zu schwer, es ist durchgehend ein angenehmes Zugverhalten, aber eben ein wechselndes. Es macht die Sache spannend, aber auch wie gesagt, ich sagte es am Anfang, schwierig zu rauchen. Man muss also wirklich Geduld mit dieser Zigarre haben und Nachsicht. aber dann belohnt sie einem auch mit einem gut 50-minütigen Rauchvergnügen in dem beschriebenen Aromenspektrum zu einem Preis von 6,70 Euro. Man könnte jetzt sagen, für so eine kleine Zigarre ist das schon kräftig Geld, aber wie gesagt, bedenken Sie, die kunstvolle Rollen und auch die durchaus gelungene Komposition der Tabake, die hier in diesem kleinen Stück drin steckt. Und am Ende bleibt mir wieder nur eins zu sagen, denken Sie wie immer daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre. Musik 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 Musik